Zug-Zock-Finale. Ronny Berger gegen Roos, meine Damen und Herren. Ronny Berger beginnt mit den weißen Steinen, spielt Bauernah E4 und Roos hat sich vorbereitet. Zug-Zock-Finale, meine Damen und Herren. Ronny Berger gegen Roos, den Titelverteidiger. Ronny Berger, eröffne mit den weißen Steinen. Dieses Finale ist ja ein Match, das doppelt so lang ist, wie die bisherigen Matches. Also es werden vier Partien mit 10 Minuten plus 10 Sekunden Bedenkzahl gespielt und danach sollte es 2 zu 2 stehen. Das berühmt-berüchtigte Armageddon. Dies hier ist die erste der 10 Minuten plus 10 Sekunden Partien. Und Roos hat seine Taktik geändert. Wir haben ja vorher von ihm hier dieses Gambit gesehen, mit dem er gegen Maluna nicht so gut gefahren ist. Also ähnlich wie Breit MC auf dem Fahrrad. Diesmal spielt der Baunah E5. Erstmal relativ normal. Erzählte später, er hat sich vorbereitet hier auch auf das Italienisch von Ronny Berger. Ich habe heute Mittag noch mit Roos telefoniert. Wie flair bin ich eigentlich? Und hatte, ich weiß nicht, weise Tipps gegeben, habe gesagt, dass vielleicht ein, zwei Sachen nicht so funktionieren würden. Aber er versucht es wieder mit einer sehr direkten und etwas trickreichen Zug. Springer nach D4. Kein besonders guter Zug. Aber der Zug beinhaltet einen Trick. Und zwar, wenn Weiß hier den Bauern schlagen würde, geben die Dame raus. Dame nach G5. Greift den an. Greift den an. Sagen wir, Springer schlägt F7. Dame schlägt G2. Turmlein F1. Dame schlägt E4 Schach. Läufer E2. Springer F3 Matt. Dazu gibt es bestimmt ein YouTube-Video, was viele Klicks hat. Und das bringt dann Leute wie Moos dazu, sowas zu spielen. Spreit E4 ist natürlich kein guter Zug. Und ich weiß nicht, wie häufig man diese Stellung erreicht nach Springer nach D4. Wenn Weiß hier schlägt zum Beispiel und jetzt kurz rochiert, hat Weiß schon sehr, sehr großen Vorteil. Also, das ist immer das Problem mit den Schießeröffnungen. Man zahlt häufig einen hohen Preis. Ronny spielt C3. Auch in Ordnung. Nicht ganz so gut wie Springer schlägt D4. Aber sollte auch Weiß im Vorteil belassen. Springer schlägt F3 wäre normal. Aber Roos entscheiden sich jetzt hier für Kuntern. in der Mitte. Bauer nach D5. Ich weiß nicht genau, was ihm das gebracht hätte. Er hätte Ronny einfach mit dem Läufer geschlagen. Soweit ich sehen kann, ist dann nur ein Bauer weg. Springer schlägt F3. Dame schlägt F3. Soli Schach, Matt. Karin springt nach E6. Läufer geht wieder weg. Und ich glaube, hier hätte Schwarz nicht besonders viel für den Bauern gehabt. Aber Ronny schlägt mit dem Bauern. Auch kein Fehler. Gewinn auf dem Bauern. Aber verstellt sich dabei jetzt ein bisschen Läufer. Und hier fängt die schwarze Steuerung praktisch gar nicht so schlecht. Der Springer geht raus. So kam es. Kurz Rohrade. Und ich dachte, wenn Roos jetzt sich einfach entwickelt, hier läuft er nach D6. Dann fährt er auch kurz Rohrade. Liegt bei einer E4 in der Luft. Den Kollegen freizulegen, dass die schwarze Steuerung ganz okay ist. Aber Roos spielt es ein bisschen direkter. Spielt Läufer nach G4. Attackiert damit die Dame. Aber das zwingt die Dame eigentlich auf bessere Felder. Und Ronny reagiert gut. Geht mal der Dame einen Schritt zur Seite. Greift den Bauern an. Auf einmal ist die schwarze Steuerung schon sehr wackelig. Wenn der Bauern jetzt hier verteidigen würde, hat D6. Spielweise D4. Nutzt die berühmte Fesselung. Und Schwarz hätte schon Probleme. Geringste Übel wahrscheinlich den Bauern jetzt freiwillig herzugeben. Läufer nach E7. Und wenn er geschlagen wird, dann rochieren. Versuchen, den Läufer hier anzustellen. Bisschen auf Gegenangriff zu machen. Roos spielt Bauern nach B6. Sehr, sehr schnell hier auch noch unterwegs in dieser Phase. Bauern nach B6. Das ist kein guter Zoll. Die Idee wird gewesen sein, den Läufer hier rauszubringen, um die Dame anzugreifen. Aber es ist zu langsam. Damit kann sich ja eh hier bedienen. Oder Ronny hätte auch Bauern nach D4 spielen können wir auch unangenehm. Aber nimmt den Bauern weg. Spricht auch nichts gegen. Der Läufer zieht dazwischen. Und jetzt sehr, sehr gut gespielt von Ronny Berger. Er spielt Turm nach E1. Und der Punkt ist, wenn Schwarz die Zeit hätte zu rochieren, den Läufer auf dieses Feld zu stellen, hätte Schwarz immer noch eine ganz akzeptable Stellung. Weil der weiße König relativ alleine da steht. Weiß hat zwar zwei Bauern mehr und er hätte bestimmt Vorteil, aber die Stellung wäre noch nicht so klar gewesen. Aber Turm nach E1 verhindert eben diese kurze Rohrade. Da die Dame und der Turm beide sich auf den Läufer stürzen und der nur noch einmal verteidigt wäre, wenn der König weggeht. Ruß ignoriert das und rochiert trotzdem. Also Zea wäre wahrscheinlich so König nach E8 gewesen, um dann Läufer nach D6 zu spielen. Aber er rochiert und das funktioniert nicht. Ronny schlägt. Und ich dachte vielleicht wäre Ruß Idee gewesen, hier Turm nach E8 zu spielen. Und ihm sei dann zu spät aufgefallen, dass nach Damenschlicht D8 es nicht legal ist, diesen Turm zu schlagen. Da dann der Schwarze König im Schach stehen würde. Und wenn der Turm jetzt zurück schlägt, jetzt hätte Weiß wieder Zeit, Turm nach E3 zu spielen oder irgendwas zu machen. Aber so geschah's nicht. In der Partie geschah damals schlägt E7. Turm steht E7, Turm E8. Aber jetzt hat Weiß halt Figur und Bauern mehr. Und verwertet das relativ souverän. Es gab noch eine letzte Chance, vielleicht hier in der Bauna F3 Turm E1 zu spielen und jetzt hier zu schlagen. Und das sollte Weiß ebenfalls gewinnen. Aber weil er hier gefesselt ist, dieser Springer nie raus kann, wäre die Partie noch weitergegangen. Ist glaube ich nicht ganz so einfach, sich hier zu befreien. Wahrscheinlich geht es irgendwie, aber er hätte einige Klimmzüge machen müssen, um hier rauszukommen. Keine Ahnung, wie man es macht. So. B3, whatever. Bau nach A4. Irgendwas. Und eines Tages sollten die Figuren hier rauskommen. Aber es wäre Arbeit gewesen. In der Partie kam stattdessen Läufer nach F5. Nimm zu Nerd. Danke für den Sub. Und nach König der Haft 2 sind alle kritischen Felder gedeckt. Weiß hat eine Figur und zwei Wochen mehr. Und was soll ich euch noch erzählen, was ihr nicht selber wisst? Ronny Berger verwertet das souverän. Wir können uns die restlichen Züge sparen. Denn ab hier gab es eigentlich keine wirkliche Chance mehr für Roos. Oder es gab keine Chance mehr für Roos. Gibt noch diesen Läufer. Und Ronny Berger. Lässt nichts anbrennen. Hm. Wir sparen uns die restlichen Züge nicht. Aber machen sie relativ schnell. Hier matt in einem Zug, Ronny. Turm B8 Schach matt. Aber man kann es immer noch vergeben. Hier zum Beispiel Läufer D5 Schach. König K8 läuft schlicht A2. Pat, meine Damen und Herren. Pat. König kann hier nicht hin. König kann hier nicht hin. König kann hier nicht hin. Und er steht nicht im Schach. Wäre Pat gewesen. Aber Ronny Berger macht die immer Schachgeb-Taktik. Und gewinnt langsam. Aber sicher. Irgendwann erwischt diesen König halt auch. Und das Treppenmatt. Das haben sie alle einstudiert. Also 1 zu 0 für Ronny. Und unter einem Eindruck der Partie sah es so aus. Als könnte das Match vielleicht eine klare Sache werden für Ronny. Kann ich schon verraten. Es wird keine klare Sache. Fertzer hat eine Runde mit Maluna. Jederzeit. Jederzeit. Maluna, ich habe gehört, ist immer noch am Schachgrinden. Immer noch angefixt. Und ich glaube, er hat auch in der Schacht-Welt und der Rocket Beans-Welt sehr, sehr viele neue Fans gewonnen. Nicht, dass er neue Fans bräuchte. Läuft auch so gut. Aber hier durch ihre super Performance. Wie viel sie sich gesteigert hat. In der kurzen Zeit. Ein Monats Schacht. War sehr, sehr beeindruckend. Ich habe das Video ja schon gemacht. Zum Halbfinale. Roos gegen Maluna. Big Fan. Also. Ronny gewinnt die erste Partie. Aber es ist ja best of. Viereinhalb. Das Finale. Also vier Partien. 10 plus 10. Und wenn es danach 2 zu 2 steht. Armageddon. Also. Noch viel Schach zu spielen. Zweite Partie. Roos. Ronny. Roos mit dem weißen Stein jetzt. Spielt sein geliebtes Trompowski. Läufer nach G5. Im Turnier hatten wir schon häufiger Bau nach D5 gesehen. Der solideste Zug. Ronny spielt aggressiver. Hatte vielleicht auch was einstudiert. Sprenner E4. Er. Und Roos. In typischen Roos Stile. Spielt Bauer nach H4. Kein so schlechter Zug. Das kann man machen tatsächlich. Ich glaube der Hauptzug hier aus Schwarze ist. Bauer nach D5. Spreien D2. Dann irgendwie Bauer nach C5. Das ist Theorie. Ronny spielt Bauer nach H6. Den hier zu schlagen ist also nicht so toll. Weil dadurch gleich der Trumpf freigelegt wird. Und dieser Bauer auch eine etwas einengende Wirkung aufs Schwarze Lager hat. Also liegt zwar nahe dem Weg zu nehmen. Aber ist glaube ich nicht so gut. Ronny spielt H6. Das ist okay. Läufer nach C1. Geht den ganzen Weg zurück. Vielleicht ein bisschen zu weit zurück. Ich wäre hier hingegangen. Hätte auch das Feld im Auge gehabt. Aber Roos geht nach Hause. Läufer nach C1. Und Ronny spielt C5. Auch logisch. Konter gegen Zentrum. Ich vermute, dass er sowas ähnliches kannte. So zum Beispiel hier. Läufer F4. C5. Ist eine Theorie variante. Ich weiß es nicht. C5. Okay. Normalerweise wäre es Bauer nach D5. Hier Raum gewinnen. In der Mitte. Und dann je nachdem, was Schwarz macht. Bauer nach D2 spielen. Bauer nach C4. Irgendwas. Aber Roos spielt Bauer nach F3. Versucht den Sprenger hier gleich zu vertreiben. Hat nur den Nachteil. Das zeigt, dass er auch schon H4 gespielt hat. Dieses Feld nicht mehr kontrolliert ist. Und Ronny springt rein. Springt nach G3. Attackiert den Turm. Attackiert den Läufer. Und ist damit schon deutlich im Vorteil hier. Nach fünf Zügen. Turm nach H2. Turm nach H3 wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn der Springer zu einer Erklärung zu zwingen. Aber beides keine besonders schönen Felder. Turm nach H2. Hier hat Schwarz viele gute Möglichkeiten. Mir gefällt es auch Dame nach C7. Hier. Den Turm gleich aus der Ferne im Blick zu behalten und zu drohen. Zu schlagen. Ich weiß nicht, wie Weiß darauf reagieren sollte. Vielleicht Bauer nach F4. Wäre alles. Alles nicht so hübsch gewesen. Aber Ronny spielt Bauer nach E6. Auch kein Fehler. Nur nicht so gemein. Und wie Dame nach C7. Was den Turm gleich in Augenschein genommen hätte. Trotzdem schwer hier gute Züge für Weiß vorzuschlagen. Der Turm ist halt keine Augenweide. Rufspieler auf einer F4. Logisch. Versucht den Sprenger loszuwerden. Meines Ding wäre hier zu schlagen. König schlägt. Und jetzt irgendwas. Dame nach B6 oder Sprenger nach C6. Mit deutlichem Vorteil. Computersatz noch besser als Sprenger nach H5. Sprenger am Rand. Weiß nicht, ob man darauf kommen muss. Aber Compi. Großer Fan. Dieses Zug ist mit dem Läufer gleich anzugreifen. Ronny nimmt Tür 3. Spiel Sprenger nach F5. Auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, wie gut der Sprenger hier steht. Da hätte ich schon lieber den Läufer weggenommen. Gewalt mit Bau nach C3. C schlägt D4. Und Ruf schlägt nicht zurück. Sondern versucht das Tempo hier. Mal wieder zu verschärfen mit Bau nach G4. Chat, ich bin nicht im YouTube-Modus übrigens. Wir können reden. Wir können reden. Ich glaube, ich mache hier dritte Partie im YouTube-Modus. Aber ich bin nicht so YouTube gewesen. Falls wir das hier auf YouTube packen. Trotzdem liebe Grüße. YouTube-Modus heißt eigentlich nur, dass ich den Chat ignoriere. Machen wir heute nicht. Bau nach G4. Was ist der beste Zug? Gehe ich einfach auch selber. Sprenger E3 wäre gemein gewesen. In der Geschlagenwelt ist dieser Bauer ein Pfahl im weißen Fleische. Und die Dame kann nicht hier schlagen. Wegen der berühmten Springergabel. Zack. 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 Also dann wäre Ronny, der ja 1-0 führt zu diesem Zeitpunkt, schon relativ weit auf der Siegerstraße vorangeschritten. Aber es spielt auch nach D6 und lässt Ruth damit zurück in die Partie. BG Beats hat euer Kommentar. War absolut geil vorhin. Danke dafür. Dankeschön. Das freut mich. Ich habe Baldwark Empire gesehen. Gab es da mehrere Staffeln? Ich habe auf jeden Fall die erste Staffel gesehen. Ich weiß nicht. Ich glaube es gab zwei. Wahrscheinlich die zweite auch gesehen. Aber weiß ich nicht mehr genau. Keine bleibenden Erinnerungen. Das ist Atlantic City. Ich war mal in Atlantic City. Relativ trauriger Ort. Läufer schlicht D6. Spreng schlicht D6. Und jetzt. Und das hat Ruth gut gesehen. Damm schlicht D4. Mit Doppelangriff. Auf den Springer. Der hat nicht gut steht hier. Und den Bauern auf G7. Er hätte meinen H-Bauern nehmen können. Wäre nicht die Priorität gewesen. Vielleicht geht das auch. Hoch. Ich denke da steht schwarz auch. Arschperner E3. Wäre ein deutlich gemeinere Zug. D6. War nicht so gut. Wegen dieses Double Attacks. Ronny wird sich jetzt gut mit Damm nach B6. Das ist die beste Chance. Verteilt den Springer und behält den Bauern im Auge. Und. Rusey Baby schlägt auf G7. Der naheliegende Zug. Computer gefällt es nicht so. Computer wird hier. Sofort Bauern E4 spielen und sagt. Weitste besser. Weil der Springer sehr dumm steht. Wurde ja immer. Gefangen zu werden von diesen Bauern. Wer könnte diesem Kollegen widerstehen. Das Problem ist aus weißer Sicht. dass schwarz. Den besten Zug. Turm F8. So gut wie es spielen muss. Weil der Turm ja angegriffen war. Und jetzt auf einmal. Der Springer angegriffen ist. Und der Kollege ja angegriffen ist. Und es ist nicht leicht. Die beide gleichzeitig. Zu retten. Der beste Weg. Der kam aber nicht. Wäre den Bauern. Ein Feld vorzuziehen. Das macht den Weg frei für den Turm. Auf dem Bauern. Ein Auge zu haben. Und es verändert. Dass die Dame hier hinten reinschlagen kann. Die Dame könnte den Bauern einschlagen. Also nur ein Bauer. Ist weniger wert als ein Springer. Und nach Springer nach E2. Die Partie ungefähr ausgeglichen. Wohlspiel bei einer E4. Und das hätte Ronny die Chance gegeben. Den Springer hinzuschlagen. Aber. Ronny Berger. Der Titan. Erste Partie gewonnen. Begeht hier. Einen. Verhängnisvollen. Fehler. Fehler. Und lässt Roos damit zurück ins Match. Er spielt. Dame schlägt B2. Und übersieht dabei. Dass dieser. Zugbauer nach E4. Nicht etwa nur Raum gewonnen hat. Sondern auch. Dem Turm. Die Verteidigung des Bauerns B2 ermöglicht hat. Und Roos schlägt die Dame. Und Roos schlägt die Dame. Dame mehr. Das ist viel Holz. Roos. Roos war im Kopf. Ich glaube hier in der zweiten Partie noch nicht. Erste Partie hatte Ronny ja gewonnen. Und. Roos hat einen Trashtalk ja ein bisschen intensiviert. Nachdem er. Spoiler alert. Diese Partie. Für sich entscheidet. Ähm. Ich glaube hier war noch nicht in Ronny's Kopf. Hier war einfach der Turm nicht in Ronny. Auch nicht in Ronny's Kopf. Und hätte er hier weggenommen. Mit der Figur mehr. Und der 1-0 Führung im Rücken. Dann hätte es schon sehr sehr gut ausgesehen. Für. Ronny B. Aber da steht B2. So eine Dame. Kannst du Roos. Da nicht einfach hinstellen. Turm steht B2. Und. Original Zitat. Ronny Berger. Hä. Wo kommt denn der Turm her? Von da. Von da kam er. Und mit Dame mehr. Ist der Drops hier auch gelutscht. Die restlichen Züge. Nicht besonders spannend. Der Springer. Werde auch noch weggefangen. Mit den Bauern. Roos vollstreckt jetzt. Gnadenlos. Inweg. Der Rest. Wie gesagt. Mit so einer Dame mehr. Sollte da. Nichts anbrennen. Und tue es auch nicht. Noch ein paar Züge. Aber hier. Zack. Ist das Schachmatt. Und damit steht es. 1 zu 1. Maluna. Maluna spielt auch seit 4 Stunden. Maluna ist immer noch am Schacht spielen. Ey. Ich glaube an Maluna. So viel wie Maluna hier im ersten Monat sich gesteigert hat. Wenn sie weiter im Schachtgrind bleibt, dann kann da einiges passieren. Was brauchen wir, um Roos zu schlagen? Geht das überhaupt mit ein bis zwei Wochen Vorbereitung für Zugzwang? Oder brauchen wir mehr Erfahrung? Wir haben uns die Roos Match Serie alle angeguckt. Ist nicht so, dass da niemand eine Chance gehabt hätte. Also. Gunnar. Erste Partie gewonnen. Zweite Partie. Deutlich bessere Stellung. Maluna in beiden Partien. Sehr, sehr gute Stellung gehabt. Ronny. Hier sind wir ja gerade dabei. Also. Roos ist stark. Aber auch auf Zugzwang Level. Nicht unschlagbar. Würde ich behaupten. Aber er würde behaupten. Ergebnisse sprechen für sich. Und hätte damit genauso recht. Hm. Wie dem auch sei. Es steht 1 zu 1 in diesem Match. Ja, wenn ich nicht so faul wäre, könnte man bestimmt auch irgendwie Zahlen irgendwo einblenden. Oder? Ich bin aber sehr faul. Hm. Ich ziehe eigentlich auch manchmal die Karte, du darfst es erst, wenn du mich auf dem Brett besiegst. Nein. Geisterlöfer sah. Oh, Ronny B. How much there is to see? Ich hatte die ganze Zeit diesen Ohrwurm. Ich habe es auch ein, zwei Mal gesagt. Aber. Irgendwie. Irgendwie blieb es in der Show nicht so gut angebracht. Wie heißt diese 90er? War. Ist das Rap? Nicht wirklich. Es gab irgendeine 90er Gruppe, die eine Johnny B Version hatten. Wie hießen die? Wisst ihr das noch? Wahrscheinlich irgendwie so eine deutsche. deutsche Rap. Wo waren das deutsche? Wisst ihr was ich meine? Tromny B. How much there is to see? Just open your eyes and listen to me. Chad, wir können nicht jeden Tag diskutieren, ob man mit 20 oder 30 anfangen kann und auch geämt werden wird. Nein. Down low. Genau. Down low. Auf den Namen bin ich nicht gekommen. Moneymaker 6.9.1. Mach doch einfach. Down low. Das waren noch Zeiten. Ich glaube schon, dass man geämt werden kann. Es gibt nicht viele historische Präzedenzfälle. Meist haben wir auch andere Sachen zu tun. Wenn man mit 20 oder 30 anfängt, ist es nicht so gut. Nicht nur, dass es als Kind natürlich ein bisschen leichter ist wie eine Sprache lernen, die Patterns aufzusaugen. Normalerweise hast du mit 20 oder 30, du machst ja immer das. Du arbeitest, studierst, dies, das, jenes. Auch nicht mehr die Zeit, die man als Kiddo in Schach investieren kann. Trotzdem. Wenn mal Luna weiter ihr Schachttempo beibehält, schließe ich das nicht aus. Voller Anzug zu sagen, Winner, wer ist der stärkste bisher? Natürlich Jahrhundertteilend Stefan Tietze. Wir haben 1,50 Meter breiten Matteo. Wir haben Allround-Genie Maxim Markov. Wir haben Rusi Baby. Wen vergesse ich? Oh, Viper, Viper. Ich weiß es nicht. Wir bräuchten eigentlich so ein Turnier der Gewinner. Plus Fabian Krane. Fabian Zugut für Zugzwang Krane. Und Eddie. Als Rocket Beans Repräsentanten. Vince Meleu sagt, geht gut im Schach auch ohne Fleiß oder Musters. Also wie viel Prozent macht Talent aus? Auch eine relativ schwierige Diskussion. Ich kenne keinen Großmeister, der nicht sehr, sehr viele Stunden in Schach investiert hat. Ob man das jetzt Fleiß nennt? Meistens haben wir ja Bock drauf. Ich glaube auch nicht, dass hier Maluna zum Beispiel jetzt im Moment, oh shit, jetzt muss ich wieder Schach arbeiten. Sagen wir, wenn du angefixt bist und Schach ist eine Droge, die lange wirken kann, dann macht das wieder Spaß. Du investierst die Stunden ja beiwillig. Deshalb weiß ich nicht, ob es unbedingt Fleiß ist oder ob Talent nicht vielleicht auch beinhaltet, dass man dann seine Zeit gerne in was investiert, indem man besser werden kann. Also die Debatte ist glaube ich relativ müßig, was Fleiß ist und was Talent. Klar ist, man muss die Stunden reinbreiten. Geht heutzutage vielleicht ein bisschen schneller, weil du mehr Material hast. Du hast überall Gegner auf Knopfdruck parat. Das ganze Schachwissen der Welt ist über YouTube die ganzen Schachseiten verteilt. Also ich glaube schon, dass man heutzutage vielleicht ein paar Stunden sparen kann. Im Vergleich zu früher, wo wir, wir hatten ja nichts. Wir haben Bücher gelesen, sind auf Schachturniere gefahren. Aber ich kenne niemanden, der mit Schach angefangen hat und dann so talentiert war. Ist ja gleich auf Großmeisterniveau. So, wo waren wir stehen geblieben? Pechchab ist 15, kommt nicht mal auf seine Elofone vor 20 Jahren. Ich bin auch nicht 50, ich komme auch nicht mal auf meine Elofone vor. Da vor 20 Jahren habe ich mich gerade wieder darauf ohne gearbeitet. War mal um 9.50, aber ist ja nur eine Zahl. Das ist halt eh das Ding. Deshalb verstehe ich diese Frage immer nicht. In welchem Alter muss man anfangen Großmeister zu werden? Wie ist das? Und Spaß daran hat sich zu verbessern. Kann man es einfach machen und dann gucken. Ich glaube mal Luna fragt sie auch nicht jeden Tag hier jetzt. Ich bin auch jung genug, um Großmeistern zu werden. Wir sind einfach angefixt. Gab mal ein Age of Empires Event, wo Viper gegen anderen Pro schafft und Age of Empires gleichzeitig gespielt. Das ist mir zu verrückt. Ah ja, alles gut bei uns. Ich grüße sie, Harry Yasses. Wenn man sich zu mir anschaut, kommt glaube ich sehr drauf an. Ja, das kann helfen, wenn man den Kopf einschaltet. Aber es ist natürlich heutzutage sehr, sehr verlockend. Und das gilt insbesondere für mich. Sich einfach berieseln zu lassen von der Engine. Und sich dann zu denken, wenn man das liest. Oh ja, logisch. Oder auch irgendwelchen debilen Kommentatoren wie mir zu lauschen. Und sich dann zu denken. Ja, sieht logisch aus, was er erzählt. Ich weiß nicht, ob man dabei so schnell lernt. Also ich glaube, dieses Nachdenkelement, so blöd es klingt, ist gar nicht so leicht zu erzwingen. Jedes Turniere, die du dir persönlich gerne anschaust in Deutschland. Ich weiß nicht, wie du meinst. Joe Beck, vielen Dank für den Sub. Ich bin ja kein Schachfan. Klingt immer so zynisch. Ich kommentiere sehr, sehr viel auf irgendwelche Schachzeiten oder hier im Stream. Wenn ich dann mal Zeit habe, dann ist es meistens nicht mein erster Gedanke. Ey, jetzt fahre ich da und dahin. Gucken wir ein Schachturnier an. Sondern ich überlege, was ich so mache mit meiner Zeit. Da habe ich nichts. Schlafen. Also das klingt immer so kalt. Ich verfolge eine Schacht. Top Turniere. Ich kommentiere sicher auch. Das macht mir auch Spaß. Das merkt man hoffentlich auch ab und zu. Aber es ist nichts, was ich denke. Ey, shit. Heute nichts mitgekriegt. Aber für mich ist es natürlich auch relativ daily Routine hier meine Chess24 oder Follow Chess App zu checken und zu gucken, was für Turniere gerade laufen. Was die Top Jungs machen. Heimlich Pflanzen für das Zombie spielen. Ich habe vor allem Taxi. Vielen Dank an Fabian Krane für die Taxigutscheine. Eine halbe Stunde Pflanzen gegen Zombies gespielt. Basenbrecher natürlich. Ich bin nur bis Level 20 oder so gekommen. Dann war ich schon da. Master Refuge. Runde 3. Entschuldigung, Master Refuge. Ähm. Dass ich so viel über andere Sachen rede. Kennt ihr das Ding mit Harpe Kerklein und Elisabeth eigentlich? Ich habe mich damals so weggelacht. Schmeißt mich weg. Schmeißt mich immer wieder weg. Privacy an Kniffel Ultra. Ey, ich habe früher mit meiner Oma immer geknippelt. Das ist dein Lieblingsbrettspiel abgesehen von Schach. Hallenhalmer. Wie abgesehen von Schach. Mein Lieblings ist ein Brettspiel. Ich bin gut drin. 4 gewinnt. Connect 4. Viel Übung, was teilen schon Bars. Sonst mag ich eigentlich keine Brettspiele. Ja, ich bin. Connect 4 studiert mein Engine. Connect 4 ist gelöst. Ich habe es noch nicht memorisiert. Aber Connect 4 habe ich drauf. Spielst du auf Skat? Ramschen. Ich spiele streng nach Passauer Ramschordnung. Ramschen können wir. Keine Siedler von Katar. Ich schummeln immer. Ich nehme immer zu viele Karten. Das ist natürlich dann auch für alle anderen Beteiligten unangenehm. Ist ja auch gut. Doppelkopf Superior. Doppelkopf kann ja auch früher viel gespielt, aber lange nicht mehr. Skat ohne Ramsch ist kein Skat. Ich spiele nur Ramschen. Tatsächlich ohne Skat. Einfach Ramschen. Skat wird nur gespielt, wenn ihr keine Hand gibt. Keine Siedler von Katar? Ne. So, Partie 3. Machen wir. Partie 3 war spektakulär. Ja. Jetzt machen wir Partie 3 auf Leistung hier. Okay. Kennst du ein gutes Buch über die Mathematik hinter Schach? Mathematik hinter Schach? Nein. Ich kann keine Mathematik. Okay, YouTube Jan, bist du da? Kannst du mal ein Video machen, wie man Großmeister wäre in 20 Minuten oder so? Wäre mega cool. Das kann ich auf jeden Fall machen. Checkt das aus zusammen mit meinem Video. Sprung von 1600 auf 1800. Die korrekte Zeiteinzahlung. Zwischeneröffnung. Taktiktraining. Endspielen. Und Praxis. Pech. Ich finde es toll, wie Schach wieder populärer wird. Freut mich auch. Freut mich auch. Ich habe leider relativ wenig Zeit fürs Twitch-Game im Moment. Ich hätte echt super viel Bock mit den ganzen Schach-Neulingen hier ein bisschen Schach-Schüssel auf Twitch zu machen. Weil mir das ja immer am meisten Spaß macht. Ich labere auch gerne mit euch und spiele vor mich hin. Aber vielleicht auch nice. Und wenn Zugzwang und der ganze andere Quatsch da einen kleinen Teil dazu beitragen können. Ist wunderschön. Hm. Okay. Partie 3. Graves hat diese Eröffnung. Musst du kennen. Lach und Schach geschehen. Ist mein Lieblingsvideo von dir auf YouTube. Das nicht mal auf meinem Kanal. JanistanTV. Das Ding ist bei einem Sarkasmus. Das Video wäre halt auch gut geklickt. Ich weiß. Ich muss endlich meine Seele verkaufen. Und anfangen so einen Quatsch zu machen. Sprung von 1.000 auf 1.200. Diese Eröffnung musst du kennen. Ich schreibe es mal hier. 740. Analysevideo. Das kein Mensch sehen will. Ach schau, es ist kompliziert, Chat. Was soll ich machen? Diese Staffordline kennst du noch nicht. Aber die kennen uns ja schnell. Okay. YouTube Jan. Los geht das. So meine Damen und Herren. Zugzwang Finale zwischen Ronny Berger und Roos. In diesem Video schauen wir uns die spektakuläre dritte Partie an. Das Finale wurde ja über 4 Partien gespielt. Mit 10 Minuten plus 10 Sekunden Bedenkzeit. Nach 2 Partien stand es 1 zu 1. Ronny Berger gewinnt die erste Partie souverän. Roos gewinnt die zweite Partie. Ebenso souverän, nachdem Ronny Berger sich seine Dame abluchsen ließ. Und in der dritten Partie führt Ronny Berger die Weißensteine. Beginnt mit Bauna E4. Und wir sehen die italienische Eröffnung. Die hat man schon in Partie 1 gesehen, aber Roos weicht diesmal ab. Spielläufer nach C5. Nachdem man Partie 1 das spekulativere. Springer nach D4 spielte, aber damit nicht so gut fuhr. Spiel jetzt den normalen Zug. Läufer nach C5. Bau nach D3. Ruhiger Standardaufbau von Ronny Berger. Bau nach D6. Kurze Rochade. Und Roos spielt wie Roos spielt. Spielt Bau nach H5. Er mobilisiert den Haber und spielt sehr aggressiv. Objektiv vielleicht nicht der beste Zug. Aber es bringt ein frisches Element in die Stellung. Normal ist hier so Sperner F6. Dann Bau nach A6. Bau nach A5. Kurze Rochade. H6. Aber Roos spielt H5. Ronny sagt, den Bauern stoppe ich mit Bauern nach H3. Der soll nicht zu weit kommen. Und Roos spielt hier Bauern nach H4. Der Zug hat mich nicht so begeistert. Wenn man hier aggressiv spielen will. Der aggressivste Weg. Und so gut wie immer wäre es schlecht. Aber in dieser Situation. Denn die Kombination von Kurze Rochade und H3 ist ein bisschen gefährlich. Könnte Schwarzer sich andenken, Bau nach A6 zu spielen. Um dann Bauern nach G5 zu spielen. Sagen wir Weißmann-Emmers spielen nach C3. Bauern nach G5. Und schnell dem Weißen König auf die Pelle zu rücken. Und ich dachte, Bauern nach H4 hilft. Schwarzer sich unbedingt Linien zu öffnen. Aber! Bauern nach H4 offeriert ein Bauernopfer. Und Ronny Berger mag Bauern. Er kann nicht widerstehen. Er spielt Läufe nach G5. Sein Doppelangriff auf die Dame und diesen Bauern. Nur. Der Preis dafür wird hoch sein. Vielleicht wäre es einfacher gewesen. Und nach C3 zu spielen. Diesen Bauern. Bauern sein zu lassen. Wie immer sei. Es kommt Läufe nach G5. Greift die Dame an. Woos spielt Bauern nach F6. Und Ronny schlägt den Bauern. Er hätte ihn hier noch verschmähen können. Aber wer A sagt, sagt natürlich auch keine B. Und wo soll jetzt das Problem sein? Weiß hat ein Bauern mehr. Der Läufer ist verteidigt vom Springer. Das Problem ist, der König ist geschwächt. Der Turm hat jetzt schon freie Sicht. Und nach Bauern nach G5. Läufer nach G3. Bauern nach G4. Ist die schwarze Stellung. Ihr seht es am Balken. Tatsächlich schon überlegen. Obwohl. Weiß auf den ersten Blick nichts falsch gemacht hat. Man muss sehr sehr aufpassen. Wenn man kurz hochiert hat. Und diesen Bauern schon gezogen hat. Hier nicht zu schnell die Linie zu öffnen. Und Ronny Berger. Unter Druck. Spielt den besten Zug nach langem Nachdenken. Springer nach Haupt 4. Hätte er hier geschlagen. Wird er Läufer schlagen. Und das Problem wäre. Die Dame könnte sehr schnell auf diese H-Linie kommen. Das wäre schon extrem schwer zu operieren gewesen. Weil so. Dame hier hin. Was auch immer. Springer hier hin. Dame rüber. Und das Schachmatt ist nah. Deshalb guter Zug von Ronny. Springer nach Haupt 4. Der Springer werft sich dem Turm in den Weg. Und Roos. Der nicht so gerne Bauern schlägt. Ich habe ihn natürlich weggenommen hier. Spielt. Springer nach H6. Entwickelt die nächste Figur. Und Ronny. Der seine Bauern mag. Spielt König nach H2. Auch hier bin ich nicht sicher. Ob es nicht besser gewesen wäre. Die nächste Figur zu entwickeln. Aber König nach H2. Ronny macht nur logische Züge. Verteiligt den Bauern. Trotzdem bleibt er unter Druck. Roos schlägt jetzt rein. Ein riskanter Zug. Denn er erlaubt Ronny, dieses Schach zu geben. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde Schwarz hier überrannt werden. Muss sein König jetzt in die Mitte stellen. Aber die Stellung ist tatsächlich nicht klar. Und diesem König ist relativ schwer beizukommen. In der Mitte. Ich glaube, Ronny wird sich da auch gewundert haben. Weil es ja aussieht. Weiße König. Sicher. Alles richtig gemacht. Kurze Rochade ließ das. Schwarze König steht immer auf dem Brett. Stellung ist nicht so klar. Ronny hätte jetzt diesen Bauern schlagen sollen. Und der Kampf wäre kompliziert weitergegangen. Zum Beispiel könnte Schwarz den Springer hier rüber ziehen. Um den Weg frei zu machen für den König. Und dann den Angriff eines Tages fortsetzen. Mit einem Springerabzug vielleicht. Aber ich denke, wäre sehr kompliziert geblieben. Ronny spielt logisch. Springer nach H5. Es sieht aus, als würde er alles richtig machen. Aber seine Stellung ist sehr, sehr gefährdet. Bruce, ich weiß nicht, ob er das ja alles geplant hat. Wenn ja, Hut ab. Wenn nicht, auch Hut ab. Dann hier die Instinkte. Spielt Springer nach E7. Überdeckt Dame diesen Springer nicht. Aber wenn der Springer geschlagen würde, käme die Dame rüber. Dame nach F8. Und es zeigt sich, dass der Springer nicht verteidigt werden kann. Auch nicht unterstützt werden kann von dem Läufer. Nicht wegziehen kann wegen der Fesselung. Und die Stellung nach wie vor vollkommen unklar wäre. Der beste weiße Versuch ist wahrscheinlich irgendwas wie Dame G4 Schach. So nicht D8. Springer nach F5. Und es bleibt sehr, sehr kompliziert. Computer sagt irgendwie sowas. Und obwohl weiß eine Figur mehr hat, gibt der Computer nicht so großen Vorteil. Also es wäre kompliziert gewesen. Aber das hätte Ronny tun sollen. Und Bruce anstelle von Springer E7 vielleicht lieber den Springer erst mal verteidigen sollen. Aber in der Partie geht Springer E7 gut auf. Denn Ronny bedient sich nicht hier, sondern hier. Versucht weiter diesen König freizulegen. Aber der König ist überraschend sicher hier drüben, weil die weißen Figuren nicht besonders mitspielen. Und jetzt wieder tragische Situation für Ronny Berger. Er sieht, er kann einen Bauer mit Schach schlagen. Und er schlägt den Bauern. Dame schlägt H3 Schach. Greift den König an. Und eliminiert einen Bauern. Was will man mehr? Das Problem ist nur, der König geht aus dem Weg. Und weiß kann aufgeben. Wenn wir uns das genau angucken. Verstehen wir vielleicht warum. Der Läufer attackiert die Dame. Es kann nicht so richtig dazwischen ziehen. Die Dame hat auf dieser Diagonale keine Felder. Hat also nur dieses und dieses Feld. Und egal auf welches dieser beiden Felder sie geht. Jetzt kommt der Springer Abzug. Springer G4 Schach. Legt den Weg für den Turm frei. Dame kann nicht mal schlagen wegen der Fesselung. König müsste weggehen. Und die Dame fällt. Also bittere Situation für Ronny Berger. Man schlägt einen Baum mit Schach. Der König geht in die Wildnis. Und man kann aufgeben. Wie so häufig hier Königssicherheit diese Linie öffnen. Zu riskant. Ronny gibt noch das Schach. Aber es bringt nichts. Der König steht auch auf b6 sicher. Kann sich zu 0 auch hier verstecken. Es gibt keinen Ausweg. Dame nach H5. Das ist noch schlechter als Dame nach H4. Weil die Dame ja nicht mal gedeckt ist. Aber es hätte keinen Unterschied gemacht. Dame nach H5. Springer G4 Schach. Der König geht aus dem Weg. Maluna! Vielen Dank für den Raid. Ich grüße euch. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier gerade in den Highlights der dritten Partie zwischen Ronny Berger und Rous. Sind aber sofort durch. Dann quatschen wir. Ich habe gehört, hier wurde die halbe Nacht noch Schach gespielt. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für den Raid. Bin sofort am Start. Hier drei Züge noch. Wir gucken gerade Rous unsterbliche Partie an. Nach Spreng G4 Schach. Hier bittere Situation an die Schachfenster draußen. Dame schlägt H3 Schach. Noch mal in Zeitlupe. Schlägt ein Bauer mit Schach. Greift den König an. Der muss in die Mitte des Brettes. König nach C6. Und die weiße Dame ist gefangen. Läufer ist da. Dame kann Nergens hin. Hätte ich in der Form auch noch nie gesehen. Aber Rous. Spiel ist hier sauber zu Ende. Spreng G4 Schach. Kirch hat drei. Es gibt keine Rettung. Die Dame darf nicht schlagen. Weil der König im Weg. Im Schach stünde. Wenn der Kirch weggeht. Kann man die Dame nehmen. Kirch hat drei. Jetzt hätte Rous hier sofort die Dame wegnehmen können. Aber er schlägt die Dame nicht. Der Läufer würde sich noch dazwischen stellen. Sondern er schlägt diesen Bauern mit Doppelschach. Sprenger gibt Schach und Läufer gibt Schach. Der König geht vor. Versucht die Dame hier zu unterstützen. Und Matt in einem Zug. Und Rous sieht es. Oder gibt auf jeden Fall Schach. Bauer nach F5. Schach Matt. Die Dame darf nicht dazwischen ziehen. Weil dann der König wieder vom Turm attackiert wird. Der König kann hier nicht hin, weil der Springer da ist. Hier nicht hin. Springer und Bauer. Also die unsterbliche Rous-Partie würde ich sagen. Geht damit 2 zu 1 in Führung. Gegen Ronny Berger. Und auf einmal stand das Finale auf dem Kopf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschau. Sorry, ich war hier noch im YouTube-Modus. Da sind wir. Mal Luna, was macht der Schach-Grind? Ich hoffe, die Schach-Hater hier ziehen dich nicht zu sehr runter. Tja, ich habe es ja in dem Halbfinal-Video schon gesagt. Aber es war natürlich alles sauber in dem Match. Mal Luna gegen Rous. Und dass die Leute jetzt dann ankommen und sagen, hey, so gut kann man gar nicht werden in einem Monat. Was ist da los? Ich würde das schon erkennen. Ich spiele nicht seit gestern Schach. Wenn da irgendwas nicht sauber wäre. Und gerade bei Mal Luna haben wir ja auch gesehen, wie sie hier rein gegrindet hat. Wie die Lernkurve ist. Und dass dann die Leute immer nichts besseres zu tun haben. Also jetzt mal sagen, ich weiß ja nicht, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ey, damit tut ja auch Schach keinen Gefallen. Wenn wir neue Leute, die auch noch gut sind und viel Zeit investieren. Und wie Mal Luna hier auch noch Big-Twitch-Stars sind. Weil die gleich vergraulen und sagen, ja, hallo, ich wollte mal sagen, ich glaube nicht, dass du wirklich so gut bist. Es gehört sich nicht. Es gehört sich in der Schachszene nicht. Und es gehört sich auch sonst nicht. Nicht mal. Aber ich glaube, es ist auch eine große Minderheit nur. Also, was ich jedenfalls mitgekriegt habe hier in den Rocket Beans Chats und Kommentaren. Gab es da eigentlich nur Lob und auch vollkommen zu Recht. für Malunas Performance in dem Halbfinale. Aber trotzdem, ey, es nervt natürlich. Gerade in der Schachball. Ich bin auch vollkommen allergisch gegen unberechtigte Cheating-Vorwürfe. Wenn man mal eine gute Partie spielt, mache ich zum Glück selten. Da werden die Leute ankommen, ja, ich muss mich sagen, du hast ja aber ganz schön viele Computerzüge, ne? Egal. Manchmal spielt ja gut. Aber können wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und der ist halt super komisch, dass die Leute dann immer nichts Besseres zu tun haben, als erstmal damit anzukommen. Also, ich hoffe, das lässt hier nicht den Spaß am Schach nehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall über, wie ihr euch tue, als wäre ich, Professor Doktor Schach, über die Werbung für das Spiel. Dass ihr Maluna, Bröki, Leute, die ich so im Schach-Kontext noch nicht groß am Zettel haben, auf einmal so viel und so gut Schach spielen. Ist, glaube ich, auch allgemeine Falle Sache. Und Maluna, wenn wir Schachträgen machen willst ja, ich werde dir allerdings die ganzen schlechten Kugelbruch-Habits ausreden müssen wieder. Sag Bescheid jederzeit natürlich. Maluna ist bereit für den Schach-Grind. Das machen wir, das machen wir. Ich weiß aus sicheren Quellen, dass Maluna Wall-Hex anhat und dadurch durch die Gegnerschfiguren seht. Ja, im Schach, wenn man durch die Gegnerschfiguren durchgucken kann, ist natürlich ein sehr, sehr unfairer Vorteil. Hier konnte Roos auch. Er hat durch die Dame hier durchgeguckt. Hat gesehen, dahinter steht der König. Zack. Es ist wie mit den Hold-Cards beim Poker, weil du die Gegnerschfiguren sehen kannst. Was wären so auffällige Computerzüge bei Roos-Matches gewesen? Es ist relativ schwer zu sagen, es ist immer nicht der einzelne Zug, es ist das Gesamtpaket. Und es kommt daher immer das Argument, ja aber, wenn ich nur ganz selektiv den Computer benutzen würde, das würde keiner mitkriegen. Doch. Würde mal mitkriegen. Aber es ist, ich rede ungern auch über das Thema, weil ich auch irgendwie Cheater keine großen Tipps geben will. Aber kompliziert sind die Situationen halt in Fällen wie Hans Niemann, wenn jemand eh ein super hochqualifizierter Großmeister ist, der dann ein bisschen, da muss ich ja, muss aufpassen, dass ich keine 100 Millionen Dollar Klage kriege. Aber ein bisschen verdächtigt wird in manchen Momenten, du dir aber nicht sicher sein kannst, weil er halt eh ein sehr, sehr guter Spieler ist, der offensichtlich jetzt auch nicht reine Engine-Züge macht. Das war ja die große, große Kontroverse. Aber wenn jetzt jemand auf einmal weit über seinem Level spielt oder Fehler ganz vermeidet auf dem Niveau, das würden wir schon riechen. Ich habe ja für diesen, ich weiß nicht, wie das Spoilen da wahrscheinlich wird, darf ich es nicht spoilen. Aber ich spoil so halb. Diesen Funk-Podcast, die erste Folge ist gleich draußen. Wie heißt der? Cheater haben wir vorhin gesagt, wie er heißt. Also die haben auf jeden Fall eine Hans Niemann. Podcast-Reihe gemacht über Cheaten im Schach. Und mit denen habe ich ja ein, zwei Schachpartien gespielt, wo sie auch ein bisschen damit experimentiert haben. Und ich kann sagen, ich merke es nach spätestens zehn Zügen, weil ich gegen Leute spiele, die jetzt keine Schach-Pros sind, ob gecheatet wird oder nicht. Also natürlich können die ersten zehn Züge Spaßtheorie sein, die sie geradeaus vielleicht gelernt haben, aber du merkst es immer. Es sind viele Faktoren, Timing, Variantenwahl und so weiter und so fort. Ich will da nicht zu viel drüber reden, aber ihr könnt mir vertrauen. Wenn man, keine Ahnung, 25 Jahre Online-Schach spielt, hat man es mit... Gibt es schon das Internet seit 25 Jahren? Ja, kommt hin ungefähr, ne? Ich glaube, so 97 Jahre angefangen im Internet-Chess-Club zu spielen. Kriegt man es relativ viel mit Cheatern zu tun. Jay Hayes sagt, und du warst mal Grandmaster, ich bin nochmal Grandmaster. Ist auf Lebenszeit, Großmeister-Titel. Ist wie bei Highlander. Du verlierst den Großmeister-Titel nur, wenn ein anderer Großmeister dich köpft. Relativ grafisch. Also so funktioniert halt die Schachwelt. Ne, ohne Spaß, Großmeister-Titel ist auf Lebenszeit. Kann dann, glaube ich, nur aberkannt werden wegen grob und sportlichen Falls. Weil es tatsächlich cheaten werden. Ein Fall hier raus ist, der auf Toilette erwischt wurde mit dem Smartphone. Immer der ganz subtle Weg zu cheaten. Mit seinem Schachprogramm offen. Die haben sich, glaube ich, den Großmeister-Titel wirklich abgekannt. Auch ein anderer Georgier, der auch gecheatet hat. Aber sonst wäre man den Titel nicht los. Auch mit Verfall. Mal nur der Coaching kriegen wir auf jeden Fall geregelt. Wir hören. Wir hören. Sehr gerne. Gute Nacht. Vielen, vielen Dank für den Raid. Wir verfolgen hier Malunas Schachkarriere auf jeden Fall weiter. Und versuchen zu helfen. Oder zu schaden. Man weiß ja nicht so genau. Ne, die Eröffnung ist schlecht, die Eröffnung ist schlecht. Ja, da kann man ja Spaß auch schnell nehmen. Wasserbrexics. Hallo, ja. Matteo meinte, du spielst bald mal Mechabellum. Wann? Matteo, Alter. Hm. Ich werde die Kommunikation mit Matteo studieren. Aber das klingt nach absoluter Falschmeldung. Ich rege mein Telefon oben. Auf jeden Fall schrieb mir Matteo Mechabellum spielen. Ich schrieb, yo, hab Gutes gehört, aber null Zeit. Und das interpretiert er als Mechabellum. Wann? Lügen, Matteo. Wobei, ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht habe ich auch geschrieben, hätte Bock oder so. Ich weiß nicht mal ganz genau. Muss recherchieren. Cyborg, da bist du eigentlich hauptberuflich Streamer. Moment, ich habe 47 Jobs. Wir können nicht alle halbe Stunde durchgehen. Aber ne, Streamer, ihr könnt recherchieren. Ich glaube, ich habe 5 Mal gestreamt ungefähr im Jahre 2023. Das wäre, selbst für meine Verhältnisse relativ faul, wenn das mein Hauptberuf wäre. Moment ist mein, ich weiß nicht, ob es mein Hauptjob ist, aber womit ich zuletzt am meisten Zeit für Ball ist der Trainer von Anish Girid. Er ist Nummer 5 oder Nummer 6. Ich glaube, er ist Nummer 6 der Welt. Da kann man den überholt. Auch Skandal übrigens, Anish. Aber mit dem fahre ich auf Turniere und Trainingssessions und arbeite auch remote für ihn an Eröffnungen. Ich habe zum Beispiel im Januar drei Wochen im schönen holländischen Seebad. Weikernsee. Das hat Anish gewonnen. Das Turnier war nice. Danach waren wir zwei Wochen in Düsseldorf. Das war auch sehr nice. Hyatt Regency. Beste Haus am Platz. Ich bin so luxusverwöhnt seit dem Hyatt Regency mit VIP Room. Ich bin sehr gespoilt. Berlin, Alter. Ich hoffe, morgen Hotel ist gut. Schach Jet Set. Und ja, jetzt bevor ich hier Zugzwang gemacht habe, war ich gerade zehn Tage Trainingssession mit Anish. Also das ist im Moment wahrscheinlich das, wo ich die meiste Zeit investiert habe. Ich bin Schach-Bundestrainer, glaube ich. Will ich nochmal checken. Aber jetzt, wenn ich in Berlin bin, komme ich bei der Geschäftsstelle vorbei. Ich glaube, ich bin Schach-Bundestrainer. Werden wir recherchieren. Was habe ich noch für Jobs? Schach-Kommentator. Chesscom. Ich kommentiere die WM. Ab 9. April auf Deutsch. Die ersten neun Runden auf jeden Fall. Danach wahrscheinlich wieder Anish Grind Trainingslager. Grand Chess Tour mit ihm nach Bukarest fahren. Dann nach Polen. Also ich bin gut busy im Moment. Aber streamen. Streamen macht mir wahrscheinlich am meisten Spaß von dem ganzen Quatsch. Aber das fällt meistens dann runter in meine Twitch-YouTube-Karriere gegenüber all meinen anderen Feindjobs. Morgen früh muss ich nach Berlin. Ich kommentiere hier diese Armageddon-Series. Habe ich auch Bock drauf. Habe ich noch nie gemacht. Wir werden sehen. Immer noch Trainer der Niederlande? Ne, ich bin Anish-Trainer. Aber man kann ja nicht gleichzeitig Bundestrainer und Bonds-Coach sein. Das wäre selbst für meine Multi-Job-Zeitnisse zu viel. Haben die alle private Sponsoren? Ja, die meisten Top Ten-Spieler haben auch private Sponsoren. Werden auch von ihrem nationalen Schachverband. Da gibt es auch Fördertöpfe unterstützt. Und Top-Spieler verdienen auch gutes Geld. Guckt euch die Preisgelder an hier bei Champions Chess Tour bei irgendwelchen Turnieren. Da gibt es auch Antrittsgelder. Also wenn du in Top Ten bist, dann verdienst du schon so viel Geld, dass du dir auch ein paar Helferlein leisten kannst. Was redest du Schach-Neuling? Lauf weg! Of course, 5-5-5. Danke für den Sub. Was macht man eigentlich als Trainer? Die Züge sind alle ein Computer, oder? Das ist schon eigentlich die Wahrheit. Man schreibt die Züge auf. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Kunst. Die Computerinformationen hat ja jeder. Welche Eröffnung spiele ich jetzt gegen wen? Wo können wir den Gegner überraschen? Wo können wir vielleicht von dem Computerweg abgeben? Wo können wir ihm Fragen stellen? Also es ist viel in der Auswahl tatsächlich, weil Computer heutzutage so gut sind. Und dann hast du aber auch so viel Informationen, dass du dir nicht alle Computerzüge selber auswerten und erstellen kannst. Und auch dafür hat man dann Helferlein, die dann fleißig den Knopf drücken und dann Dossiers drüber schreiben. Und drin steht hier so und so. Aber so und so sagt der Computer nicht und wäre vielleicht überraschend. Und da braucht man eine gewisse Kompetenz, um auch verstehen zu können. Das wäre ein unangenehmer Zug, auch wenn es nicht der erste Computerzug ist, wo der Gegner viele gute Züge finden muss, dies, das, jenes. Also es ist schon viel Computerarbeit, aber ich tue sowas, bräuchte immer ein bisschen Skill dazu. Wo werden große Turniere in Deutschland gezeigt? Auf welchen Plattformen? Unterschiedlich. Die meisten Schachplattformen übertragen da euch die meisten großen Turniere. Also Chesscom, Lead Chess, Chess24. Ich überlege gerade. Ich gucke halt immer nur in meine zwei Apps. Mit welcher Schach-Engine übt ihr ja? Wir spielen gar nicht gegen Engines, aber zum Analysieren. Die populärste, die ist auch frei. Stockfish Chess kann man sich runterladen. Ich weiß nicht, was die letzte Version ist. 15.1, 15.2. Triminator sagt, wie seid ihr? Die Story mit Alejandro Ramirez bestürzt. Hier habe ich schon ein Video gemacht. Ist aber auf meinem fantastischen YouTube-Kanal. JanistanTV. Sehr. Ich wusste davon nichts. Und wir denken immer, die Schachplattform ist so klein, dass wir sowas wissen würden. Nix. Und ich kenne den Typ nicht gut, aber ein bisschen. Und ich habe ihn halt auch sehr häufig als US-Frauen-Coach und so weiter gesehen. Weil dann die ganzen Storys first habe ich sehr schön gehört. Wichtiger ist immer, so eine Frage möglichst häufig zu schreiben. Ich habe ja schon versucht, das zu sagen. Kannst du dir vorstellen, ein Schachbuch zu schreiben? Ich habe gesagt nicht. Ich habe ja eben schon erzählt, ich habe 47 Sachen gerade um die Ohren. die moderne Version von Schachbüchern jetzt so ein bisschen Chassable-Kurse zu machen. Aber auch dazu hatte ich zuletzt nicht die Zeit und die Muße. Ich werde bestimmt in Zukunft nochmal kommen. Als Info für den Weg nach Berlin morgen in Berlin ist Halbmarathon. Verkehr ist natürlich die Hölle. Oh no. Ich glaube, ich muss nur bis zum Hauptbahnhof schaffen. Von aus kann ich laufen. Das schaffe ich glaube ich. Kommt dann auch richtig Zuschauer. Meistens wenig, ehrlich gesagt, bei Schachturnieren. Manchmal so in Indien Schach-Olympiade war vollkommen verrückt. Das war jeden Tag unglaublich voll. Und Leute waren sich in wahnsinnig langen Schlangen anstehend. Aber in Indien ist Schach auch ein bisschen angesagter als hier. Deutschland. Ich habe nie so richtig viele Zuschauer gesehen. Schach-Olympiade 2008 hatten wir mal in Dresden. Das war relativ voll. Aber sonst so bei Top-Turnieren manchmal so ein Theater-Saal, wo ein paar Zuschauer sitzen. Aber es ist meistens nicht ausgewohlen. Du kannst halt online, ehrlich gesagt, ja auch teilweise bequemer gucken. Du kannst auch alle Partien sehen. Hast auch irgendwelche Kommentare. Ich weiß nicht, ob das Schach-Live-Event, da muss man vielleicht ein bisschen mehr drum herum bauen, das so viel Mehrwert hat. Dinge, die andauernd sind in Berlin. Marathon. Stimmen ja jeden Tag Wahlen und Marathon. Meistens gleichzeitig auch noch. Kann Bundesliga auch als Zuschauer hinkommen? Und wer ja, wie läuft das ab? Jo, das geht. Du kannst ja googeln. Schachbundesliga.de. Wo wird wann gespielt? Und dann da vorbeigehen. Da sind eigentlich überall Zuschauer willkommen. Manchmal kostet es keine Ahnung. Drei Euro Eintritt. Manchmal ist es umsonst. Aber das geht. An allen wahlfreien Tagen sind Demos. Äh, hab ich gehört. Hey, Chess, komm übernahme für dich persönlich. Gewisse Prozesse erleichtert. Werden sich zeigen, werden sich zeigen. Da ist noch nicht alles spruchreif. Wie gesagt, im Moment habe ich ja 727 Jobs. Auf welchen und wie ich mich da groß konzentrieren werde. Alles noch bis zum Glück. Ja, ich habe auch zu viele Jobs dran. Geht es mit dir auch am Meet & Greet? Meet vielleicht, Greet auf keinen Fall. Sprecht mich nicht an. Das berechtigt euch, man. Ich habe immer so AirPods drin. Blick nach unten. Ich bin sehr awkward in real life. Und in unreal life auch. Ich weiß, dass mein Auge nicht pittet. Ich brauche in Berlin irgendeinen Augenarzt. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich hatte hier... Es sieht echt schon wieder komisch aus, ne? Ich hatte hier... Nicht mal einen Pickel, aber irgendwie irgendwas. Das ist weg. Aber jetzt wache ich morgens auf und habe das Gefühl, es fühlt sich so an, als hätte sich mein Auge in meinem Kopf irgendwie verschoben. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber irgendwas ist merkwürdig. Nee, nee, ist kein Gerstenkorn. Glaube ich nicht. Aber wer weiß. Sein Name Heinz Prokop, was? Augentropfen. Der Doktor ist ein Gerstenkorn. Okay, Amst. Ich vertraue deiner Ferndiagnose. Bestimmt Pickel und da haut er sich im Zünder an. Ich glaube nicht. Wie immer sei. Wir sind schon im letzten Silvester. Oh nein, ihr macht mir alle Angst. Aber irgendwas ist falsch mit dem Auge. Sei schon registriert. Morgen ist Sonntag. Morgen den Tag muss ich noch überstehen. Es fühlt sich nicht an, als würde es schlimmer werden. Aber Montag... Montag gehe ich zum Mars. Kann sich alt sagen. Das befürde ich auch. Sinusvenenthrombose. Oh nein, das klingt ja auch feuchernflößend. Lasst mich in Frieden, Chat. Naja, irgendwas ist... Irgendwas ist... Es sieht auch echt schon wieder komisch aus, ne? Ich merke im Moment nichts. Es fühlt sich morgens immer komisch an. Nach dem Schlafen. Ist ein Schlaganfall, ja. Re-Engage. Lustig. Humor. Hm. Wie immer sei. Ich glaube, morgen muss ich noch überstehen. Montag gehe ich zum Mars. Ich hoffe. Heinz Prokok, EU2444, war halt damals CDR. Ja. Ja, der Name sagt mir ganz Dunkelwasser. Ne, nicht wirklich. Hm. Besonders das Arzt holen auch immer schwer. Ich kann ja gleich auf Dr.Lib mal checken, ob es da in Berlin ja was gibt. Wie lange spätst du an Schafenmeister angefangen? Ich habe so, ich glaube, Regeln so mit acht gelernt ungefähr. Was klingt früh. Ist für einen Großmeister auch relativ spät. Die meisten lernen echt so mit vier, fünf. Und dann richtig angefangen, als ich wieder in Hamburg war. Da war ich so elf, glaube ich. Aber ich konnte schon ganz gut spielen. Ja, schon viele Schafbücher gelesen. Als ich mit elf mit Turnieren angefangen habe. Aha. Montag zum Arzt. Ziemlich optimistisch. Hasskrake. Nein. Erst Ende des Monats ein Termin. Berlin? Ich hoffe, ich hoffe. Berlin? Da geht doch keiner zum Arzt, oder? Re-Engaged sei zwar zu makaber. Ja, das ist nicht die Runde. Ähm. Noch kurz Frage zum Großmeistertitel. Steht da auch ein Passausweis? Ne. Ich weiß nicht, ob man sich den eintragen lassen kann. Als Künstler bestimmt. Aber mir steht ein Passausweis. Mein Name. Bisschen freaky wahrscheinlich. Moin Neon-Quang. Er trägt es privat versichert zu sein. Finish. Zeig es an der Visitenkarte. Habe ich eine Visitenkarte? Ich habe irgendwo welche. Ich glaube, sind das hier Visitenkarten? Ich glaube, es stimmt nichts mehr drauf. Sind das Visitenkarten? Ah, es sind sehr alte. Ich habe hier immer das Liegen. Ja, hier steht. Stehen dann die Nummer und E-Mails drauf? Hm. Ramp machst du. Kann auch nicht lesen. Hm. Ja, ich bin privat versichert. Ich werde wahrscheinlich schnell einen Termin kriegen. Aber ich muss es halt machen. Ich check nachher Doktor Lib. Mal versuchen Montagmorgen. Hm. So, Chat. Wir haben uns ein bisschen verquatscht hier. Wir sind ja noch bei den Highlights von Roos gegen Ronny Berger, dem großen Zugzwang-Finale heute. Roos gewann ja die dritte Partie. Roos und Sterbliche. Und die vierte Partie mit Ronny Berger 2 zu 1 in Führung. Ne, Roos 2 zu 1 in Führung. Seht ihr schon wieder hier. Bevorzugehe ich Ronny Berger. Hieß Ronny Berger und der Siegzwang. Und es war ein spannender Kampf. Bau nach G5. Springer nach H7. Ganz guter Zug. Besser wäre hier gewesen zu schlagen. Und Springer nach H5 zu spielen. Greif die Dame an. Und legt den Weg frei für die schwarze Dame. Um diesen Baum, den Baum zu attackieren. Hätte schwarzen Baum gewonnen. Das ist gemein am Schach. Die ganzen Faustregeln gelten eigentlich immer. Springer am Rand, Kummer und Schand, dies, das. Wenn der Zug gut ist, ist der Zug gut. Jutjubian ist nicht am Start. Jutjubian war für die dritte Partie so halb am Start. Aber Jutjubian hat Feierabend. Ja, ja, ich habe davor noch nie Kaffee getrunken. Deshalb ist mein Auge jetzt komisch. Kannst du dich auch an Breezy vor zwei Jahren erinnern? Klar. Aus Luxemburg. Luxemburg, Amsterdam irgendwie. Durch deinen Rate damals habe ich meine Ex in seinem Chat kennengelernt. So klein ist die Welt. Stream Naturtalent, der Jan. Naturtalent. Nach 15 Jahren. Nach Kommentieren, Moderieren. Aber freut mich. Freut mich. Schön, dass ihr da seid. So, was macht Ronny Berger? Bau nach G5. Sprenner H7. Jetzt hätte Roos den Bauern schlagen können. Aber Roos schlägt nicht so gerne Bauern. Entwickelt den Springer. Aber damit vernachlässigt er wieder den Kollegen hier. Läufer schlägt F4. Dame schlägt F4. Und Springer schlägt G5. Und Ronny hätte den Bauern mehr gehabt. Aber er tut es nicht. Dame nach C7. Häufig so ein bisschen die Tendenz. Man möchte nicht selber tauschen. Sondern man möchte hier den Gegner zum Abtausch zwingen. Aber beide Seiten vernachlässigen hier diese Bauern. Und ja. Jetzt nimmt Ronny ihn weg. Erbarmt sich. Roos steht trotzdem ganz gut. Weil Ronny ein bisschen Zeit verloren hat hier. und der Springer immer noch im Abseits steht. Turm nach G1. Bau nach E5. Sehr energische Lösung des Störungsproblems. Ich hätte eher so den Bauern vorgezogen, um ihn zu retten vor dem Zugriff des Turms. Aber Ronny hat sich was dabei gedacht. Sein Plan war, wenn hier geschlagen wird, schlägt die Dame zurück. Und verteidigt den Bauern. Auf G7. Roos spielt es tricky. Spielt Dame an E3. Fesselt den Kollegen. Guter Zug von Roos. Fesselt heißt, er darf hier nicht schlagen und hier nicht schlagen. Weil dann der König, der ja dahinter steht, im Schach stünde. Und weiß droht gleichzeitig hier wegzunehmen. Schlag gespielt. Ronny macht nach langem Nachdenken auch einen guten Zug. Dame an E7. Entfesselt sich. Denn jetzt könnte dieser Bauer wieder ziehen. Dadurch, dass die Dame sich hier vor den König gestellt hat. Und gleichzeitig greift die Dame diesen Bauern auf H4 an. Also stark gemacht. Von Ronny BG. Der schlägt E5. Er hat seinen Bauern wegnehmen können. Macht er ja nicht. Beide Seiten scheinen Katrin Bauerfeind zu sein. Einfach. Schlagen sehr, sehr selten nur Bauern. Wobei, das macht sie ja eigentlich zu Bauern und Freunden, ne? Ich weiß nicht. Spannert D7. Läufer raus. Und ein Fehler von Ronny B. Aber scheinbar ist auch kompliziert. How much there is to see. Just open your eyes. And listen to me. Take the night. The green light turns to red. Ich bin nicht so textlicher bei Ronny B. Aber, Rooster, der die Dame gewinnen kann. Da wollte ich hinaus. Hätten sie es gesehen. Läufer schlägt D7. Schach. Greift den König an. Und eliminiert gleichzeitig den Verteidiger. Dieses... Dieser Dame. Der Springer musste ja die Dame decken. Nicht wie er denn. Läufer schlägt D7. Irgendwas schlägt zurück. Und die Dame ist weg. Und das Match wäre eigentlich auch weg gewesen. Hier mit Dame mehr hätte Roos gewonnen. 3-1. Ist fertig. Aber er überseht es. Er tauscht die Damen. Und danach steht Ronny auf einmal wieder angenehm. Auch jetzt wieder hätte Roos sich diesen Born schnappen können. Macht es einfach nicht. Beide Seiten schlagen keine Bauern. Und nach langer Rochade, kurzer Rochade, hat Schwarz jetzt einen Born mehr. Und... Lange Rede. Lange Partie. Ronny mit einigen Abenteuern verwertet das extra Material im Endspiel. Und gewinnt die Partie. Hier war noch ein spannender Moment. Hier hätte Roos den Springer schlagen können. Wieder die Fesselung. Fesselungen sind einfach auch gemein. Durch G7 hat er Schwarz gewonnen. Hier erschlagen können. Zack, zack. Aber er macht es nicht. Er gibt das Schach. Jetzt... Ronny auf der Siegerstraße. Gibt noch eine letzte Chance für Roos. Die kommt ein bisschen später. Hier die Chance ist sehr, sehr gut für Schwarz. Hier nach Sprenger H1. Da gab es mehrere Möglichkeiten zu gewinnen. Tor nach G1 sofort zum Beispiel. Beendet die Partie. Ronny schlägt das auch okay. Aber jetzt hätte er diesen Bauern einmal überdecken sollen. Zum Beispiel Tor nach H4. Und dann mit dem hier vorlaufen. Dann wird Drops gelutscht. Aber Ronny hat es zu eilig. Spielt Tor nach G1. Und erlaubt Roos damit den Bauern zu schlagen. Und dann hätte er die Partie nochmal neu gewinnen müssen. Weil Roos geht an dieser Chance vorbei. Obwohl er hier noch 8 Minuten hatte. Spielt Q nach B4. Lässt den Tor umschlagen. Und der Drops ist jetzt natürlich vollkommen gelutscht. Hier mit Damen und Drops absetzen. Können die meisten inzwischen her. Die jute alte Treppentechnik. Oft kopiert. Nie erreicht. Ronny Berger gewinnt. Die 4. Partie. Und damit stand es. Dööö. Jemand aus dem Chat sagt, morgen Roos wollte es einfach spannend machen. Genau, genau. Roos wollte jedes Match einfach nur spannend machen. Wer war dein Favorit von dem Turnier? Ronny war mein Favorit. Da habe ich offen kommuniziert. Immer viel Druck gemacht. Auf Ronny damit auch. Ich dachte, er ist so stark, dass er da durch muss. Ronny war mein Favorit vor dem Turnier. Wer war die größten Überraschungen. Maluna war super, super stark. Also, dass sie viel stark streamt hat und gespielt hat. Davor wusste er. Wenn man die Matteo Matches angeguckt. Aber dass sie sich so steigert und auf dem Level im Halbfinale gegen Roos spielt. Das er nicht erwartet. Brückli kann ihn nicht einschätzen. Hat er aber schon gehört, dass er relativ gut ist. War auch ein guter Spieler. Hat er knapp verloren gegen Ronny im ersten Match. Sonst Überraschungen? Ne, Gunnar kenne ich. Gunnar wusste, wie er gut ist. Roos ist ja auch Titelverteidiger. Wusste ich auch. Vles kann ich auch ganz gut einschätzen. Er hat schon viele Streamer-Turniere gespielt. Shorty und Lucia. Ja, kannte ich auch. Die sind ja noch relativ neu im Schacht. Da haben wir eine Trainingssession. Also, ne, Überraschungen. Maluna auf jeden Fall. Und Brückli, wobei ich ihn einfach gar nicht kannte. Und ja, war ein guter Spieler. In Roos, im Ronny-Stream wurde gesagt, dass man jedem Twitch-Mitglied erzählen darf, dass Roos nicht spannend machen wollte. Weißt du, wie es war? Ja, natürlich wollte Roos nicht spannend machen. Roos hat schon in jedem Match vollgespielt. Das bessere Ender für sich gehabt. Ähm, aber... Weiß ich nicht. Aber das war aber das Einzige, was mich genervt hat. Also, Trash-Talk während des Matches. Okay. Danach nochmal zu sagen, ja, hier, ich wollte es spannend machen. Weiß nicht. Dem Gegner gegenüber nicht nett. Vielleicht habe ich das gestört. Oder auch dieses Narrativ zu sagen, hier, ich habe deine Öffnung studiert. Das habe ich gewonnen. Trotzdem, ey. Ich bin Fan von Roos. Ich war so leiser. Würde Fabi Kran hier das Feld leicht schlagen? Laut ihm schon. Laut dem Feld? Äh. Hm. So, was haben wir noch? Wir haben noch das Armageddon, ne? Shared 2 zu 2. Das müssen wir natürlich noch kurz gucken, hier. Das viel kritisierte Armageddon, weil es ist ja so wenig Zeit und dann weiß man ja schon, der Schnellere gewinnt. Ja, dann spielt doch einfach schneller als der Schnellere, wenn es nur der Schnellere gewinnt ist. Es ist schon Skill. Fünf Minuten Schach ist Skill. Und guckt euch an, wie viele Partien im Internet mit mehr als fünf Minuten überhaupt gespielt werden. Ein Prozent? Zwei Prozent? Also immer dieses, oh ne, fünf Minuten Schach. Da gewinnt doch nur der Schnellere. Wer immer sei. Armageddon. Roos mit Weiß, zog die weißen Steine. Und wir sehen eine Wiederholung der Eröffnung aus. Welche Partie war das? Die zweite? Und jetzt kommt die Verbesserung. Ist eigentlich eine Verschlechterung von Roos in der Partie? Ja, der Laufen hat sie ernst gespielt. Ich kann nicht mehr sprechen. Diesmal spielt er sofort. Zu viel Gerede heute schon. Bauna F3. Das hätte die Partie sofort verlieren können. Denn der Springer konnte wieder auf dieses Feld. Mich überrascht, dass Ronny das übersehen hat. Weil das Thema hatten wir ja in der Partie vorher auch schon. Und hier, Springer geht hier hin. Turm muss weg. Springer schlägt Läufer. Bauer schlägt anderen Läufer. Schwarz hat Figuren mehr. Also Weiß hätte hier nach vier Zügen aufgeben können. Gleich wollte Rooster auch wieder spannend. Ronny übersieht das. Triminator sagt, echt ungewohnt Armageddon ohne Bidding-Prozess zu sehen. Bidding-Prozess gibt es überhaupt erst seit einem Jahr vielleicht. Also Armageddon, klassisch war es immer. Five versus four. Stimmt nicht ganz. Es gab vorher schon ein, zwei Experimente mit Bidding-Prozess. Aber das Normale ist die Festgelehrzeit. Bidding-Prozess wäre ganz spannend. Wäre, glaube ich, für Zugzwang ein bisschen zu viel Action. Vielleicht können wir es trotzdem mal einführen für die nächste Staffel. Das Ding ist halt, Bidding-Prozess machen wir ja normalerweise, weil auf Top-Niveau Schwarz halt einen Vorteil hat durch diese Remi-Ods. Aber bei Zugzwang geht es ja ehrlich gesagt nur Remi aus, wenn am Ende irgendwie Putt gesetzt wird. Deshalb sind die Remi-Ods nicht so hilfreich. Auf Top-Niveau gesagt weiß dann halt, okay, ich nehme zehn Minuten Schwarzer, ich spiele mit sieben Minuten, wenn mir ein Remi reicht. Und da wird irgendwo der Sweet-Spot dazwischen gesucht. Ich weiß nicht, ob dieser Bidding-Prozess bei Zugzwang so viel bringen würde, aber kann man trotzdem zum Spaß einführen. Was ist dagegen? Da wird, genau, Zeit aufgeregt. Sprechstich G5, Fahrstich G5, Bonner E6, Bonner E4. Also, long story short. Der Kampf trug lange ungefähr ausgeglichen. Ronny spielt hier ein bisschen besser, verschafft sich ein paar strategische Vorteile. Gut gespielt, die Phase. Spielt aber auch ein bisschen langsamer. Nicht sehr langsam. Er hat hier die ganze Zeit noch genug Zeit. Aber ein bisschen langsamer als Roos. Und das ist natürlich in einer Fünf-Minuten-Partie natürlich auch ein Faktor. Bisher sehr sauber gespielt von Ronny alles. Auch jetzt, da man hat B2 gut gespielt. Schlägt, schlägt. Gewinnt ja die Figur. Denn wenn Roos hier Schach geben würde, dann würde Schwarz sich die Daumenrollen gewinnen. Roos spielt Torn B1. Er ist eine Figur weniger, aber nicht mehr so viel Zeit. Hier geht schlicht H6. G6 vielleicht der Reflex, den König sicher zu halten. Hier würde ich zurückschlagen. Einfach. Was soll dem König passieren im Endspiel? Na, war alles kein Drama. Ronnys Drama war nur, dass er in dieser Phase immer noch relativ lange überlegt hat. Also er hatte noch gerade so genug Zeit. Ist jetzt auch schneller geworden. Er hatte hier noch so eine Minute ungefähr. Dann hast du natürlich nicht mehr so viel Margin for Error vor Nachdenken. Und jetzt macht Ronny ein Fehler. Verrechnet sich mit Läufer nach A4. Hier wird jeder normale Zug. Kann man den Bauern schlagen. Er würde kurz oder lang gewinnen. Andererseits natürlich die Frage, hätte er Matts setzen können in den verbleibenden? Ich glaube so 55 Sekunden. Wir hätten es rausfinden können. Aber auch Roos hätte ja nicht endlos Zeit. Ist ja nicht so, dass du Matts setzen musst. Manchmal reicht es auch. Gerade wenn man mehr Material hat, den Gegner zu beschäftigen. Und wenn du der Angreifer bist, zum Beispiel mit einer Dame für Schach gibst, dann ist es häufig auch leichter, den Gegner zu flaggen, als wenn du der Verteidiger bist und raten musst, von wo der Schach kommt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber selbst wenn man nicht Matts setzt, ist es ein wichtiger Faktor und mehr viel Mund zu haben. So, es steht A4, C2. Ronny hat das hier geplant, aber übersieht, dass der Turm im Verbund mit dem Läufer den Bauern stoppen kann. Also er hatte seinen Läufer geopfert, um den Weg hier frei zu kämpfen. Aber das funktioniert halt nicht. Er hätte ein bisschen chillen sollen, hier den Bauern wegnehmen. Irgendwie den Turm aktivieren und früher oder später gewinnen. So wie er spielt, ist die Schengel jetzt nicht nur ausgeglichenes Remis. Es hätte Ronny ja noch gereicht. Er hatte ein bisschen weniger Zeit, aber nicht ganz endlos weniger Zeit. So, ich glaube so knappe Minute gegen 39 Sekunden hier. und nach G5 Schach, wenn er seinen König einfach versteckt hätte und dann den Läufer einhergezogen. Wäre es nicht leicht gewesen für Roos, das zu gewinnen. Es gibt ja im Schach auch die sogenannte 50-Züge-Regel. Wenn 50 Züge nichts geschlagen wird und kein Bau gezogen, dann ist es Remis. Also er hatte Ronny noch alle Chancen gehabt auf Remis. Er geht mit dem König vor und es sieht nicht aus, als würde es hier Matts geben. Aber der König steht echt sehr sehr unglücklich eingeklemmt am Brettrand. Und Roos hätte eher forciert Matts sitzen können mit König nach G3. Und es ist tatsächlich nicht zu stoppen, dass der Läufer im nächsten Zug Schachmatt setzt zum Beispiel. So ist Schachmatt. Roos sieht die Idee, das Timing nicht ganz richtig. Er spielt erst Läufer nach der 1. Jetzt hätte Schwarz sich noch retten können mit König nach A4. Und der Stand bleibt ausgeglichen. Aber Ronny im Eifer des Gefechtsspiels läuft nach D4. Übrigens Doppelfehler. Erlaubt nicht nur König nach G3 Schachmatt, was geschieht, sondern es erlaubt auch König nach E4 Abzug Schach. Und der König hätte den Läufer schlagen können. Also hier unter dem Druck der Uhr und des Ruschen Trashtalks am Ende bricht Ronny Berger noch zusammen. Und verliert die Partie. König G3 Schachmatt. Damit ist Roos Back-to-Back Zugzwang-Sieger. Herzlichen Glückwunsch an Roosy Baby. Sehr überzeugende Vorstellung. Immer spannende Matches. Aber am Ende die Nase vorn gehabt. Und so ist Schach. Du musst die Partien gewinnen, die Matches gewinnen. Das hat er am Ende gemacht. Da können wir Hater, so viel haten wir wollen. Sieg ist Sieg. Glückwunsch an Roosy. Chat, Alter, es ist spät. Ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen. Fällt gerade auf, dass es schon wieder spät ist. Ich bin allein mit den Kiddies zu Hause. Die stehen meistens nicht so um 10 Uhr auf. Und ich muss auch relativ früh den Zug ins ferne Berlin nehmen. Deshalb machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Glückwunsch an Roos und Ronny, die Finalisten. Glückwunsch auch nochmal an Maluna für die Riesenleistung im Halbfinale. Ich bin jetzt noch ein Rockerbiz. Ich bin jetzt noch ein Rockerbiz.